Ja, meine Damen und Herren, danke für diese Zeit, die du mir gibst, lieber Jörg. Meine Damen und Herren, ich denke, den meisten sollte es bekannt sein, das ist der mögliche nächste Ministerpräsident vom Bundesland Sachsen. Aber ein bisschen Arbeit vor uns. Jörg Urban, es freut mich sehr, dass wir uns heute auch mal kennenlernen. Weißt du, wer ich bin? Nein.